hallo und herzlich willkommen bei einer neuen folge so schnell wie ein topsy ich halte diese uhr eigentlich für überflüssig ich habe das nur so gemacht um das ganze hier noch mal ein wenig zu verdeutlichen dass man hier auf jeden fall eine kleine zeit hat aber eigentlich geht es ja hier nur ums booster öffnen immer irgendwelche random booster und so wird es auch ablaufen deswegen packe ich die uhr weg werde das jetzt fortlaufend nur noch eben ohne uhr machen und das booster öffnen ihr wollt ja sehen was drinsteckt ich will ja auch sehen was drinsteckt heute habe ich noch mal einen hs triumph booster ein etwas älteres aufgetan so werde ich es jetzt hier öffnen und schauen was drinsteckt oh das ist herrlich das booster konnten wir saven das booster ist gesaved so wir haben ein spoink wir haben ein quickel wir haben ein tentacher wir haben ein zipurze ein bronzel übelst geil wir haben ein celebi als prime gezogen richtig geiler pull nice dragoran auch noch hinterher übelst als rare dann haben wir noch ein müll greifer ein maschok und ein keifel leute zieht euch das rein was ist da los geiler scheiß geiler pull ja nice so muss es immer laufen bei so schnell wie ein taubsi euer gerade aus der match verabschiedet sich mit einem lauten schirm mit ö ciao mit v bis dahin tschüss ist ist wie es